Musik 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 Erzählt die Slawa wie immer нельзя, das kann man nicht, aber nach unten Aber wir können das für uns entdecken. Musik 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 Also ich bin die Martina aus Steier. Ich habe euch beide schon kennengelernt über das Webinar und über nach einem Seminar mit dem Alexander. Und ich war damals so fasziniert von euch und von dem, was danach mit mir passiert ist. Das war einfach so schön. Und ich bin dann so positive Webinar. Ich habe so diese Eltern in mir gespürt nach diesem Webinar mit euch. Und ich wollte euch jetzt einfach auch kennenlernen. Musik Und alle unsere Gedanken, Emotionen und Gefühle, die sind in der Wahrheit. Sie sind aus der Wahrheit. Musik Ich meine, das war immer irgendwie klar. Und immer wieder habe ich ja punktuell diese Hinweise drauf bekommen und das auch gelebt. Aber jetzt ist es so real. Und es gehört wirklich zu den essentiellen Dingen, die, wenn die gelebt werden. Also ich finde die Wichtigkeit drin, das zu leben. Und wenn die gelebt werden, dann ordnet sich einfach so viel. Das ist wie ein ordnendes Prinzip. Es ist oft bei den Eltern so, dass die Eltern glauben, sie müssen den Kindern die lieber schenken. Sie sind nur in diesem Einweg, Straßen schenken, geben, geben, geben. Aber eigentlich ist es sehr wichtig, dass die Eltern auch sich aufmachen, um die Liebe der Kinder anzunehmen. Und auch etwas zu nehmen. Also mich zu erinnern, dass ich die Liebe bin. Und ich finde auch, dass es der natürlichste Zustand ist. Und irgendwie macht es mich total traurig, dass ich es selber immer wieder vergesse. Und ich habe das auch gelebt, aber der Zustand der Einheit ist mir immer wieder gewesen. Das ist es sehr wichtig, dass ich sehr wichtig bin. even das ist es so wichtig, dass ich mit meinen Armen und den Verleumnen fände. Ich habe mich wirklich immer wieder auf die Die Wurst gespürt. Wir mussten uns sehr wichtig auf die Tiefe und den Volumen, damit wir gerade alle gemeinsam zurückführen. Und das ist alles dankbar meiner Gastung. Wir sind sehr wichtig, dass wir uns sehr wichtig sind. Einige, die jede auf einzigartige Weise daran beteiligt sind. Es gibt keine Ausrede, dass ich Zeit habe. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!